Ja, Kopfhörer immer das Beste. Musik an, Welt aus. Na gut. Eine typische Highschool, mit Mädchen klicken, mit Hipstern, mit Normalos. Ja, das Ding mit der Rachel Amber. Wir haben ja Before the Storm schon gespielt und ja, man wird sich vermisst. Ich sollte nicht so stingy sein, mit meinem Blut. Okay. Ich muss wahrscheinlich nach da, ne? Evan sagt nicht viel zu mir, aber seine Fotos sind sehr cool. Elissa ist immer textig, aber sie hat nicht mit vielen Leuten gespielt. Ja, manche tun aber auch immer so. Oh, wir haben ein Schließfach. Natürlich, na gut, es sind ein paar einzelne, aber hier ein Block blauer und einen einzigen roten. Ich liebe dich, dass alle in meinem Locker sehen können. Huh, das ist nicht so. Ich liebe diese Bildung von Mom und Dad. Hallo, Jack. Kiss, kiss. Andy, du bist total fantastisch, wie es ist. Ja, das ist okay. Das ist Dana, die zu... Ich glaube, sein Name ist Justin. Dana ist auch auf meinem Boden. Sie ist so ein archetypal, gelliger Schilder. Sie müssen sie in einem Fabrik machen. Ich sollte nicht so kattig sein. Dana ist nett bei mir. Okay. Ach ja, und dann gibt es natürlich noch die nerdy Typen, die irgendwo in der Ecke sitzen und... Ja, genau. Und dann gibt es auch noch die Normalos, die von... ...und den Sportfuzzis ständig angekündigt werden. Ja. Vortex Club. Noch mal das Vermissten-Poto. Was sind wir denn hier? Mhm. Okay. Das schwarze Brett. Das ist so messed up. Ich sollte sie kontaktieren, um zu finden, was ich kann tun. Als ich bin. Oh, mein Gott. Ja, im Endeffekt ist es Zucker. Man kann echt zu jedem bisschen, was hier steht... Ja, ist ja gut. Man kann echt zu jedem bisschen... ...etwas... ...angucken und fragen. Alter, was ist das für ein Verkehr hier? Wie auf dem Bahnhof. Das ist ja gut. Good thing I left my AK at home. Ja. Dann ist ja gut. Hey. There's Hayden. Another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. Der Vortex Club. Ah ja, in jeder Highschool gibt es dann diese Studentenverbindung. Das ist dann unsere Toilette. Das ist dann unsere Toilette. Figures Juliette will be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. There's Juliette from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Mhm. Samuel. Der Hausmeister. Samuel ist such a weirdo. But I kinda like that about him. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. Somewhere around the mountains No one could try her faulting Till she got tired to come play Okay. Best singer ever. Ich denke, dann haben wir... Ach, hier ist noch einer. Der Trevor. He's cute. I like Skaterboys. Two brothers don't like me. Mhm. Yay, Halloween. My favorite time of the year. The Bigfoot Stomp. I should develop some school spirit. Go team. Go team. Komplett ohne Emotionen. Sehr gut. Mrs. Grant. Mrs. Grant is a great science teacher. Ja. Gut. Dann haben wir jetzt alles. Hier ist der Direktor. Da müssen wir nicht unbedingt reinplatzen. Ja, dann machen wir mal ein bisschen Wasser ins Gesicht. Ja, man muss es ja nicht immer gleich dramatisieren. Normales Schulklo. Ja, man hat aber meistens nach einer Grippeimpfung ein bisschen Erkältung. Das ist aber normal. Ja, ist okay. Das sind die ganz normalen psychischen Einschläge, die man so hat, wenn man Selbstzweifel hat. Introvertiert ist und im Endeffekt Ja, nicht an sich glaubt. Naja. Kaltes Wasser hilft. Ja, kaltes Wasser hilft immer. Ja. Ja, manchmal. Ja, dann machen wir da mal einen. Ja, okay. Dann ist es so schön. Ja, man, ich kann sehen die Hände jetzt. Geh sie weg von dieser B****! Ich kann sagen, dass alle, Nathan Prescott ist ein P****, der begs wie eine kleine Mädchen und spricht mit ihm. Du wirst nicht wissen, wer ich bin oder wer du bist. Wo hast du das gemacht? Was machst du? Komm schon, mach das Ding! Don't ever tell me, was ich tun! Ich bin so sick von Leuten, die zu kontrollieren. Du wirst in hell mehr Probleme für das, als die Drogen. Keine Ahnung, dass du deinen P****, würdest du? Geh sie weg von mir, Psyche! Nein! Ähm... Ja... Ja. Genau, was zum Teufel. Ja... Ja... Perfekt. Ah, okay. Halt die rechte Maustaste, um die Zeit zurückzudrehen und jetzt... Ja. Toll mal das. Komm her? Schöne Hör auf's Schöne Schöne Ich habe es! Ich habe es tatsächlich. Ich habe einen Teil der Menschenrechte Schöne Jemand? Max. Nicht mehr so, noch nicht. Es ist noch eine beste Bildung. Ich habe mich zusammen. Wenn ich meine Selfie habe, hat Jefferson mir eine Frage gefragt. Wenn er das wieder macht, werde ich wissen, dass das wirklich ist. Geh das zu dir selbst. Aber wirklich, ich könnte jeder von euch in einem dunklen Körner und dich in einem Moment Desperation beobachten. Und jeder von euch könnte das zu mir machen. Ist das zu einfach? Zu obvious? Gehen wir mal aufs Ganze. Ja. 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 Ich weiß nicht, dass ich das. Es ist real. Ich kann sagen. So ich kann zurück in Zeit. Was wenn das Mädchen nicht mehr ist? Kann ich sie? Ich weiß nicht, dass die Porträtzung immer ein wichtiges Aspekt von Kunst und Fotografie gewesen ist. Ich muss schnell gehen und schau es aus. Jetzt, Max. Seitdem du unsere Interesse getroffen hast und sicherlich in der Gespräche wollen, kannst du bitte uns den Namen des Prozess, der zu den ersten Selbstporträtten geboten hat. Ähm. Mir ist schlecht. Ich muss zur Toilette. Ja, das ist ähm. Ja. Ähm. Ja. 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 Ähm. Daiderio-topie. Der Daggerian Prozess wurde von einem französischen Film genannt Louis Daguerre von 1830. Niemand hat sich schon überrascht und überrascht. Gute Arbeit, Max. Der Daggerian Prozess war sehr gut. Hauptsächlich, weil es die Punkte deutlich definiert hat. Du kannst mehr lernen, wenn du wirklich überrascht überrascht, Max ist so weit weit vor. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nein. Ist alles schön und schön, aber ich hab's eilig. Ich sehe dich, Max. Nein. Nein. Ich lasse niemals eine von der Fotografie, die zukünftigen Sternen, die ihr Bild hervorheben. Ja, es ... ja, nee, haben, weiß ich nicht, ich weiß nicht. Uh, ja. Ich bin nicht sicher, dass ich eine habe. Givens deine Fotografie, ich bin sicher, dass du ungefähr ein Tausend Pics hast. Es dauert lange Zeit, um einen guten guten Pics zu finden. Max, nicht zu lange warten. John Lennon sagte, dass das Leben, was passiert, während du andere Plan machst. Ah, ja. Machen wir doch mal komplett. Ja, okay, dann ... Ja. Ja. Ach, hält deinen Arsch woanders hin. Mein Gott. Ich werde eine von der Fotografie, die zukünftigen Sternen, die ihr Bild hervorheben. Ja. Ich bin drauf. Ich glaube, John Lennon hat mal gesagt, dass das Leben, was passiert, während du andere Plan machen machst. Max, du bist heute auf Feuer. Alle die richtige Antworten. Gut. Mach sicher, dass du es heute enden arbeitest. Ich habe dir faith in dir. Ich bin auf Feuer. Ne, Victoria? Tschüss. Ich hab's eilig. Ich hoffe, dass ich genug Zeit habe, um ins Bett zu kommen. Bitte, bitte, bitte. Ich kann niemandem sagen. Sie denken, ich bin verrückt. Tralalala. Schnell, schnell auf Toilette. Schnell. Okay, Max, retrace jeden Schritt. Hm? Hm? Ja. 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 Okay. Okay. Oh? Woher haben? Okay. Ja. Sehr gut. Ja genau, ein weiterer beschissener Tag. Das hat nicht passiert. Das kann nicht real sein. Ich sah nur, dass eine Mädchen geschossen wurde und dann sie sie retten hat. Was ist passiert? Geht nicht aus. Das klingt ziemlich laut und nervig. Ja, ähm... Wir können das jetzt also. Coole DJ-Skills. Sehr gute. Ähm, ja. Du verkackter, kleiner Scheiß-Schmetterling. Nein, ich spoiler nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Ja.